Von der Seilbahnstation Seegrube machten wir uns auf den Weg Richtung Brandjochboden. Nach zwei Stunden Zustieg erreichten wir den ersten Gipfel, das Brandjochkreuz. Dort befindet sich auch der Einstieg in den Südgrat, dieser beginnt als leichter Fels- und Wiesengrat. Sollte und Wiesengratzen und Wiesengratzen und Wiesengratzen und Wiesengratzen. Die erste anspruchsvolle Stelle ist, einen Kamin mit ca. 4 m im zweiten Schwierigkeitsabzuklettern. Danach hat man durch ein Felsenfenster eine tolle Sicht auf Innsbruck. Danach erreicht man die Schlüsselstelle der Tour. Einen Kamin im Schwierigkeitsgrad von ca. 3 m. Nach dem Kamin erreicht man den Spreizschritt. Nach dem Spreizschritt ist noch einmal eine kurze Platte zu überwinden. Danach sind die Schwierigkeiten vorbei. Die Schwierigkeiten aus dem Spreizschritt. 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 Trange diese Schwierigkeiten aus dem Spreizschritt learners במ�vat reconcile. Und zwar die Schwierigkeiten aus dem Spreizschritt. Time auch im Büchletyperek. Untertitelung des ZDF für funk, 2017